herzlichen willkommen zu einer weiteren folge der kdmo thüringen wir werden jetzt noch schnell die silageballen einsammeln aktuell wird noch gras weizen auf feld 60 ausgesät es wird die folge nicht geschafft sobald der rest soja reif wird da die ernte ansonsten gehen wir noch zur nächsten wien darüber und beginnt da mit der mit der mart teil ist von da gewesen hier kann man eher zaun rum machen und die kühe frei laufen lassen aber das geht hier nicht das geht allgemein nicht noch im wald 123 einer auf dem weg noch Oh nein. Oops. Wow. fast wieder voll bekamen wir hier über zwei hänger runter über zwei das ist gut ob sie den lehr aber da sein mal schauen die ballen wegkriegen gleich hat er gewusst So, muss ich mal gleich einen Schwung kriegen, ne? Die letzten Tage. Normalerweise, das kann ich mir so ein zweiter kleinen Teil jetzt. Hier, vorwärts. Hier, vorwärts. Hier, vorwärts. Die, die er auffriest, die umdrauf liegen, sitzt hinter mir. Aber das macht ja nichts. Auf der Gymnose. Let's go. Hier, vorwärts. 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 Oh, man. 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 Oh. Dünge 46% Weizen 53% Ich brauche noch keine Sorgen machen Ups, ha ha ha, mein gesoffener Lord Wir wollen mal einen Armbrot machen hier Wollen wir den Beißen kriegen hier Ich fahre auch von rechts Später wäre ich hier entsprechend So Kippen wir den Lechten bis rein Und dann haben wir das Audi Wir warten ein bisschen ab Schauen wir mal die Reife gerade an Ja, ist auch soweit Das wächst ganz schneller hier Das heißt Unser Fuzzi Ups Wollen wir gleich schauen, hier reparieren wir Garage Garage Aber gehen wir gleich Jetzt sitzt ein Auto Deswegen ganz so wackelig Das nicht Das ist auch nicht Ich glaube der muss gemacht werden Nachdem würde ich Schau nicht verkaufen 3.000 Lieder 3.000 Lieder So Jetzt geht's zur Nächsten Wiese Ja Ja Offen sich Uhrzeit 16 Uhrzeit mal Lieber Liebe Freunde Das soll's freudig gewesen sein Ich hoffe es hat euch gefallen Ich würde mich freuen über ein like Wer möchte kann auch gerne ein Abo da lassen Es kostet euch nichts Es ist keine Verpflichtung Aber wie gesagt ich würde mich freuen Wenn ihr schon in der weiteren Folge Die am Morgen erscheint Wieder reinschaltet Dann seid mal Füßen Winke Winke Bis Daniel